Drei, Zwei, Eins... So! Wer macht denn Fernsagen überhaupt? Das ist so geil wie Fahrt und los! Warten fünf Sekunden bis und dann meldet sich endlich der Floh! Hallöchen Leute! Und willkommen hier bei einem weiteren Projekt hier mit dem RewindMe, dem Chaos Row 440 und dem Zander! Hallo! Wir spielen dieses... Hallo! Wir spielen dieses... Super Crash Bros... Super... Super Craft Bros... Bros... Hey Zander, Brofist! Ja, hallo! Brofist! Und naja, hier gibt es so ein paar Klassen, das ist das wie so bei Smash Bros, Minecraft, da die Map ist von Sapling, der Download ist in der Beschreibung und sowas. Und naja, ich würde sagen wir suchen hier mal eine Klasse aus. Wir haben alle schon so ein bisschen getestet. Du nimmst... Wir haben gesagt, wir nehmen nicht den Kaktus! Egal... Egal welche Klasse ich lebe, sie ist scheiße! Ich würde sagen, äh, wir nehmen alle den Kaktus! Finde ich jetzt auch, wenn Rewi schon vorgegangen ist, der Spacko! Das ist ne Lüge! Ich bin... Ja, weil hier gibt es nämlich mehrere Klassen, jeder hat spezielle Items und gibt es mehrere Maps. Es ist... Jeder Spieler hat vier Leben. Also ohne hinzugucken, finde ich schon das zunderhältlichste Kaktus ist. Fünf Leben. Und... äh, ist Creative Mode und darf, äh, keine Blöcke zerstören. Ich schaue niemanden speziell an. Und... Ja... Ist auch so, du hast grad mit der Zombie Eisenschaufel einen Block abgebaut, du! Schhhh... Schhhh... Okay, gut, und hier haben wir jetzt sechs verschiedene Maps. Und... Ich würde mal sagen, wir nehmen gleich mal Random Maps. Jo, bin dabei. Die hatten wir eben schon. Sander, du bist so ein Arschloch. Wir nehmen jetzt alle den Kaktus! Ich bin ein Kaktus! Ich bin ein Kaktus! Ich bin ein Kaktus! Wir sind alle overpowered! Du siehst sowieso scheiße aus, ey. Mein Gott, bist du ein hässlicher Creeper. Okay, okay. Ich seh euch alle nicht! Okay. Ich seh euch alle nicht! Chaos-Flo ist da draus. Was? Eddie? Was? Ich seh euch alle nicht! Ah! 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 Blödes Arschkirch! Ah! Ich seh niemanden! Dann disconnecte kurz! Nein! Es gibt Risiken! Nein! Es gibt Riesenwand! Sehen wir... Wie viel Leben wir noch haben. Ich bin übrigens P-Grün. Also dieses grüne Ding. Hey, Flo, du Spacko! Nein! Nicht! Boah! Boah, Eddie, das... Nö! Boah! Ihr Bitches! Hab ich euch gekriegt! Ja, find's witzig! Ich kann darüber nicht sagen! Glaube ich dir! Wir haben übrigens so einen Jump Boost, das ist voll geil! Das ist so einfach wie ein... Hübsack ist so toll! Oh, Sand ist auch Creeper! Er hat zwei Creeper gegen zwei Kakteen! Ich würd sagen, das ist schon mal ein interner Teamfight! Das ist so ein... Wir werden ins Fenno! Alter! Nein! Nein! Scheiße! Ich wollte dich mit dem Matta... Du spielst so einen anderen... Nein! Scheiße! Hey, Eddie! Let's Cactus together? Komm runter! Let's Cactus together! Nee! Let's Henoquin together! Oh mein Gott! Das ist so verrückt hier gerade! Das ist voll geil, Alter! Scheiße! Ist das nicht für so 16 Spieler? Scheiße! Oh, ne! Sie ging doch hier voll die Fresse ein! Ja! Chaos Rhythm 40 was killed bei Chaos Rhythm 40! Voll logisch! Das ist halt, wenn man Creeper ist, ne? Ja! Das ist halt, wenn man sich selbst in die Luft sprengt! Junge, nein! Scheiße! Ich bin runtergefallen! Ja, ja Chaos Flo, du Nudel! Ah! 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 Nein! 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 Oh, Glück gehabt! Nein! Nein! Geht alle auf Revi! Der hat nur noch... Geht alle auf Revi! Geht alle auf Revi! Alle auf Revi! Ja, ist schon unten! Geht alle noch so zwei oder drei Leben und ich bin schon raus toll! Boah! Alles auf Revi! Boah! Zander, ohne Scheiß! War grad echt nicht cool von mir! Mega! Nicht auf mir! Boah! Du bist scheiße! Was denn? Komm doch her! Ja komm! Verletz dich erstmal nochmal nochmal selber! Aua! Mann! Was bringt mir Fire Resistance, Alter! Ihr zahnt auch mit deinem Creeper! Alter! Mit irgendeiner... Was? Wie ein Pokeball! Was ist ein Pokeball? Nein! Ich hab'n Pokeball! Du bist so scheiße! Ich hab'n Pokeball! Los Pikachu! Nein! Du bist nass! Scheiße! Du bist nass! Oh Gott! Hier versteht man einfach gar nichts, ey! Das Spiel ist einfach so geil! Also Leute, wenn ihr euch das wirklich mal... Ey! Hab' ich nicht grad einfach so da runtergebitscht? Das... Ich bin freiwillig! Du bist tot, Revi, ne? Ja und wie perfekt sich Thunderskin mit dem Creeper-Copff hier sammeln tut! Das ist ja wichtiger! Kommt! Du musst alles runterfliegen! Sofort! Ja! Nein! Ebenwie nicht! Auf ne Treppe bist du gefallen! Okay! Ah! Ah! Revi! 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 Kaktus together! Kaktus together! Kaktus together! Wir beide nur noch einlieben! Das heißt, das ist jetzt hier das Finale von der... Map! Ich bin tot! Das warst du! Ja, Revi hat gewonnen! Buh! Und verdient! Mega mies! Geil! Hallöchen Leute und Willkommen bei... Bei einer... Super Smash Brawl hier! Super Smash Brawl! Der Zander musste uns leider verlassen! Dafür haben wir jetzt Headset Guru! Hier! Den Mr. Michi! Und ich würde sagen, der Powerflow setzt da mal die Druckplatten, damit wir wieder starten können! Kaktus! Ja! Ne, wir spielen nicht mit dem Kaktus, Revi! Bitte! So, und jetzt bitte, bei den Klassen, ähm... Ja! Nicht zu schnell reingehen, weil sonst packt sich das auf! Ja! So, ich hab wieder ein Place! So! Revi hat wieder einen... komischen Mongo-Zombie! Michi hat Enderman und Kalfflord den Ripper! Wir nehmen nicht die Map Tower Control! Deshalb auch nicht random! Ich würde sagen, wir gehen, ähm... Stronghold... Ne, ähm... The End, okay? Okay! Sollen wir machen? Ja, das... Okay! Nein, da haben die Enderman Heimvorteile! Das ist unfair! Jetzt bin ich... Jetzt hab ich schon gedrückt, du Mongo-Oma! Boah, ist das klein! Nein! Meine Mutter ist kein Mongo-Oma! Das Portal kann man ja gar nicht rein! Ja! Weil's Wasser ist! Sonst Theorie, Eddy! Ja, toll! Dann kann man sich dann wieder löschen! Wie unfair ist das denn? Ah, Michi! Bist du behindert? Warum haust du mich? Ja, das ist keine PvP! Runter mit dir! Stimmt sie nicht! Ah! Scheiße! Sollte erstmal Holz holen gehen! Und dann sollten wir vielleicht zusammen... Ey, lass doch jetzt mal auf... Hier müsste es doch Michi gehen! Hä, was zum... Wo bin ich? Du läufst hier gerade rum! Wo? Eddy, Pokeball! Was? Oh nein! Was? Nein! Ich bin explizitiert! Das... Boah! Michi, du Lappen! Boah! Michi, du bist so eine Wegrennen-Pussy, ne? Pokeball! Verdammt! Boah! Michi, hör auf! Ah, ich blende! Ja, es brennt! Mein Gott! Chaos! Lass du erstmal auf Michi gehen! Diese folge Sau da! Ja! Er ist tot! Nein Flo! Nein! Ich bin der Vita! Ah! Alter! Was geht da krass ab? Was geht da krass ab?! Boah! Ist das... Boah! Ist das mongohaftig, ey! Boah! Revi! Revi! Revi auf Michi! Er hat Double-Kill gebracht! Neee! Chaos Flo! Neee! Neee! Ja! Hey, Michi, du kleiner Fusskorb! Bleib da aber stehen! Guck, ob man da hochkommt! Ich krieg dich! Oh, ich kann sie schon hoch springen! Hier! Friss Vita! Was hat der für ein Auge, alter! Was geht das ab?! Regenerationszwang, komm! Gönn dir, gönn dir! Boah! 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 Ich nehm gleich auch Senior Eier! Da steht überhaupt keiner von dem Vita-Trank hier! Ey Michi, du Hexmann! Ey, Mann! Dieses Kitt ist so scheiße mit dem Feuer! Ja, sehr! Du bist die ganze Zeit am Ragen da! Ja! Wenigstens nimmt keiner den Kaktus! Ja! Machen gleich! Der ist cool! Der ist das beste! Boah! Wieso kann man von hinten?! Boah! Du bist doch eine Mongo-Oma! Ernsthaft! Boah! 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 Hä? Wo bist du?! Boah! Was hast du aus dem Rückstoß? 10 oder so? Ja! Alter! Nein, komm! Da war grad ganz kurz ein Diamant! Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Wie OP ist der Enderman? Bitte! Ich hab noch zwei Leben! Ich glaub ich bin tot! Wer von euch ist PN? Ja, ich bin down! Michi, ich seh dich nicht! Michi, ich seh dich nicht! Hä? Ich bin hinter dir gewesen! Ich seh dich nicht! Michi ist rechts, links! Ich seh nur Flo! Ist schon jemand draußen? Dann disconnecte kurz! Ja, ich bin draußen! Achso! Verdammt! Warum werf ich das Ding so hoch? Oha! Boah! Boah! Ich nehm gleich auch die Ender-Pussy, Alter! Ich nehm gleich den Kaktus! Nee! Okay! Der warst an dem Kaktus so schlimm! Der ist OP mit dem Schwert! Von wegen! Der ist gar nicht so OP! Boah! Boah! Ist die Mann Schwert? Boah! Ich hab das grad gefunden, Junge! Wie krass ist das bitte? Das ist ein kaputtes! Boah! Wer ist hier unsichtbar? Achso! Das ist Eddie! No ma! Wer ist denn jetzt noch? Ich hab gewonnen! Haha! Cool! Warum machst du mich aus, wenn ich gewonnen hab? Ich mein Michi! Hast du? Ich nehm wieder Blau!